Ja, ey! Ja, ey! Wir sagen vorher keine Handlungsspeed! Wie viel hast du noch? Wahrscheinlich minus 20, ey! 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 Ey, wir sagen, wie ich dich auch noch so weggetrollt habe! Ja, ey! Boah! Schön, dass ihr wieder dabei seid! Heute wieder! Pantotroll! Eine spaßige Parkour-Map mit dem Panto! Gebaut für Lauchrenz, Salzbosser, Königsente Aris, die heute nicht dabei ist und der amtierende Champion Nugi! Viel Spaß und Dankeschön René für diese richtig beschissene Map! Einen wunderschönen guten Hallo! Am Ende gewinnt Nugi! Muchachos, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Alles und herzlichen Bonn Reis! Du bist aber schon faul geworden, ne? Äh, ich bin faul geworden? Achso, weil ich nicht mehr sage, äh, guten Hunger, gute Nacht, guten Appetit, guten Morgen, schöne Arbeit, äh, alles gut zum Geburtstag, äh, guten Rauch! Was hatten wir noch? War das schön, ey, zu sehen! Kannst du den Muchachos mal die Nüsse kraulen? Das hast du schon übelst lange nicht mehr gehabt! Oh, oh, Deko habe ich! Hä, ab und zu zwischendurch mache ich das! Selten auf jeden Fall, aber es passiert immer noch! Ich glaube, es ist langsam... Langsam zu peinlich für den guten Deko, er wird langsam erwachsen! Liegt nicht an peinlich, also nicht für mich zumindest! Aber einige Leute in den Kommentaren haben sich ja doch schon beschwert, dass es irgendwie ein bisschen cringe ist! Oh! Deswegen habe ich es zu gefahren, ne? Wie gesagt, ich mache es nicht gar nicht mehr, aber ich mache es selten! Ey, da müssen wir ja aufhören Videos zu machen, also ich bitte dich! Übrigens, René, du hast hier eine Panto-Troll-Map gebaut ohne Raketen! Was ist das für ein Panto-Troll, Brudi? Und ohne Trolls? Ja, schauen wir mal, ne? Also, ich muss sagen, Mopeten-Micha ist immer noch die Nr. 1, was Trolls angeht, den kann man aber... Oh, ja! Oh! War das ein Troll? Nein! Nee, das ist kein Troll! Nee, alles gut! Dann ist ja gut! Da war doch ein Troll! Ja, komm mal hier! Ja, Digga, den habe ich gesehen und eiskalt ausgespielt, ja? Digga, du hast einfach nur Glück gehabt, dass du nicht reingefallen bist! Digga, Pro-Fucking-Gosser, erlauben mich doch nicht voll, ey! Ich glaube, ich hole da volle Möhre rein! Hallo! Ja! Volle Möhre! Volle Möhre! Ich hab's geschafft! Hör auf! Zu Klingelingeling! Hier kommt das Eiermann! Klingelingeling! Nein, ich spring daneben! Oh mein Gott! Digga, dein Ernst jetzt! So, Luki, komm ran hier auf den Meter! Ich komm ran! Komm, wir fahren beide gleichzeitig rein! What would you do with a drunken sailor? 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 Early in the morning! Okay, dann würde ich sagen, wir müssen mal wieder... Ey, ich wollte auf Nagi warten! Ja, 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 ja! Nice Ausrede, Bro! Hast du wieder zufällig die lusische Ausreden-App installiert? Hallo? Oh, 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 oh! 50 geht's weiter! 100 Jahre später! Oh, geil! Aber hier ist doch bestimmt ein Speed eingebaut! Oh, ich bin runtergefallen! Das ist eben! Den little Lascio! Digga, nicht gestorben. Okay, weiter geht's. Warum ist meine zweite Pomme so zeitverzögert? Explodiert? Hat mich ein bisschen unfair. Digga, du bist jetzt auf jeden Fall Frischfleisch hier, ey. Lass mich in Ruhe. Ich hab mit eurem Scheiß nichts zu tun hier. Ey! Digga, ganz klar, Alter. Ganz klar. Ja! Digga, was ist der jetzt verkehrt bei euch hier? Bei euch, sagt er. Welche Anale Klabuster? Also wenn, dann bei dir noch am meisten. Ja, ey! Digga, ey. Digga. Wann ich einfach durchfahren? Oh, ey. Hau den Lappen weg! Ey, fick dich, Nuggi! Hallo! Du dreckiger Scheiß-Lutscher, Alter! Nein! Ich hoffe, du kriegst irgendwelche Esel-Pedisse angeboten, ey. Muss weg hier. Lass mich doch in Ruhe. Nein sagen. Lass mich doch in Ruhe! Fahr doch! Ja, ey! Ey! Ich hab... Ey, Junge. 3, 2, 3, 2, 1, und ihr seid beide weg. Tschüss! Bibi-Bibi! Uff! Alter! Oh mein Gott, ey. Wollen wir schnell rüber? Alter! Fahr! Vertrau dir nicht, Digga, du hast mich schon einmal weggeballert. Nein! Loll! Oh! Ey! Was ist der mit mir? Seht ihr, dieser Typ, ey? Was hat der Typ geraucht, ey? Auf jeden Fall zu viele Arschhaare von mir! Oh yeah! Arschhaare-Edis! Ist aber so, ne? Ich bin, äh, im Punkt. Wo seid ihr? Äh, ja. Digga, deinen Arsch hole ich mir, Brudi. Warum? Hä? Warum bist du schnell als Nuggi? Weil ich Skill habe? Hä? Ich wollte das Ding kaputt machen! Ich schiebe deine Leiche da jetzt rein. Huah! Huah! Ja, hast du genug Kraft, ne? Du kleiner Muschi-Laure. Nuggi! War das nicht? Natürlich! Ach, Luggi. Das ist ein Fake-Punk, ey. Also, Nuggi hat auf jeden Fall meinen Reifen weggeschossen. Los, schieß doch, ihr Lampen! Hallo, warum willst du denn... Fahr! Fahrsteller! Warum sollst du denn schießen? Ich hab nix gemacht. Ey! Dafür wirst du jetzt sterben. Dafür wirst du sowas von sterben. Ja, hau den Lampen weg! Sniper denn weg! Mach irgendwas! F*** ihn! F*** dich jetzt richtig. F*** dich, Marvin! Ja! Ey, du gekommen, Raketenwerfer an, oder was? Hallo? Hallo? Ich muss wieder drauf! Ja, Raketenwerfer ist ficken. Hallo? Hallo? So, ja, fahr schnell. Ja, wie? Ich weiß nicht wie! Helft mir doch! Helft mir doch, Marvin! Hau den Lampen weg! Dicker! Hau den Lampen weg! Hau den Lampen weg! Los! Ey, jetzt ist es hier Ende, Alter. Ey, ich mag immer genau das, Alter, ihr Streichler. 100 Jahre später. Ey, ich hör's doch hier schon wieder piepen, du Laberkopf, ey. Wo? Was hättest du mal vorher machen müssen, Brody? Wo? Was ist das denn hier? Irgendwo piepst das hier. Du darfst auch piepen hören. Hä? Jetzt hab ich den da verkackt, Alter! Nee, ich war ein richtiger Profi in diesem Modus. Los, trau dich, wir fahren zusammen, Brudi. Wir fahren zusammen. Ja, du bist doch nur so mutig gerade, weil ich vorne bin. Ja, aber ich verkackt dann ja auch, wenn wir so nah beieinander sind. Oh. Die einfach stehenbleibt, ey. Oh, geil. Ja, wie, Lugi, der Volkkeuer, Alter. Läuft bei ihm. Richtig ehrenloser Mensch, der Lugi, ey. Und das bestimmt wieder alles voller Annäherungsminen, oder? Kommt, wer weiß. Mehr als 20 hat er nicht. Beruhig dich, Lugi! Ich hör noch nichts. Marvin, warum schießt du auf mich? Ich schieß doch gar nicht auf dich! Lass ich in Ruhe! Ja! Ich hab nur um die Reifen geschossen, Schar, Alter. Hände weg! Ey! Ja, wie er sagt, ey, und ballert mich weg, oder war es? Ja, Spawnkill, Spawnkill. Ja, ey, Spawnschutz. Ja, Spawnschutz. Das hier ist kein Spawn mehr. Natürlich! Nein! Volle Möhr, ich jetzt Vollgas. Digger. Keine Annäherungsminen mehr, Leute. Annäherungsminenverbot. Okay, Annäherungsminen sind verboten. Aber dafür... Nein! Hab ich sie getroffen? Nein, der Punkt! Hilfe! Ja, wer hat auch alles mit raus? Ey, Lugi! Ey, wer hat die Annäherungsminen reingebaut? Butter hat hier eben diesen Kachpars, ey. Ciao, wir sind zum Ziel, ey. Ey, hör auf! Ich bin weg, ciao! Ey, Junge, ich muss jetzt von oben starten, Alter. Was, von ganz hinten? Ja, Alter, hast du verdient, ey. Einzelschuss. Einzelschuss. Hu! Ey! Digga, wo bist du? Ja, was kannst du eigentlich, Marvin? Was kannst du eigentlich? Kann man ja nicht währenddessen nachkaufen. Oh, was war das denn? Hä? Ja! Digga, ich hör's von hier schon piepen! Ja, Digga, warte nicht an mir. Vielleicht sollst du mal dein Hörgerät irgendwie auspauschen. 4 zu 4! Siehst du, jetzt ist gleich, Start. Hast du verdient also. Könnte man sagen. Ja, ey! Wir sagen vorher keine Handlungsspeed. Wie viel hast du noch? Wahrscheinlich minus 20, ey. Mieser Lappen. Jetzt hab ich keine mehr. Ich hab nur Hachbomben jetzt. Los, komm. Ja! Ja! 5 zu 5! Spawnkill zählt nicht. Spawnkill zählt nicht. Ein paar Sekunden später. Ey, ist bestimmt ein Speed, oder? Fick mich nicht, ey. Habe, da kommt noch Akete. Nein! Okay, ey, wir fahren jetzt alle zusammen. Keine Explosions mehr, ja? Keine... Nur noch Ram, nur noch Ram erlaubt, ja? Nur noch Ram erlaubt. Ja, wenn ich vorne bin, danke. Hallo, ey! Shuri! Hä, Ram erlaubt. Nur noch Ram erlaubt, hallo. Ja, ich dachte, gegen den ersten verbünden wir uns. Okay, komm, Friedensvertrag. Nee, auf gar keinen Fall. Okay, der denn nicht. Fangt nicht an, als es euch hier zu verbünden gegen mich. Holst du dir irgendwo hinten weg? Der Bosse... Okay, ich hab irgendwas gehört. Was hat er, wie hat er verkackt? So ein Speed? So ein Speed, was ist da? Hä, hier hat er verkackt? Wo? Hier, ist hier ein Speed? Achso. Hey, yo! Hallo! Ey, er haut direkt wieder. Er haut direkt wieder die Raketenwärme raus, ey. Ist er echt... Er hat extra da hingeschossen, würde nicht sein, ey. Hä, ist... Ist er echt ein Speed gewesen? Ich weiß nicht. Nein, ist nicht. Nein? Fahr vorwärts. Nein, fahr vorwärts. Nugi? Nugi? Hallo? Aber ich fahr jetzt nochmal vorwärts. Ich guck, ich check das eben. Ram erlaubt, ne? Ja, richtig, Ram erlaubt. Jau! Okay, an der Stelle, okay. Komm. Wie langsam ist der Panto beim Durchdrehen, ey. Shit. Komm, 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 schnell, schnell, schnell. Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Ich verpisst euch. Ram erlaubt, ram erlaubt, ram erlaubt. Ich verpisst euch. Nein! Donut! Oh! Oh, wie war meine Anhäherungs-Bombe? Also meine, meine Richmond-Bombe, meine ich natürlich. Die war gut, oder? Ey! Wir sagen, lol, wie ich dich auch noch so weggetrollt habe. Tod, ich hab dich totgetrollt, du mieser Lacken. Ey, wir haben gesagt, Explosives verboten. Und schießen, schießen auch nicht. Nur ram erlaubt, du dreckiger Lacken. Ich hab nur gesagt, Explosives verboten. Digga. Wuhu! Flieg, du Lappen! Was, ey. Hoffentlich hast du es auch nicht geschafft, ey. Natürlich nicht! Weil ich nur ramme! Gibt dazu, die du mieser Lappone. Ja, ja. Kuckuck! Oh, shit, Deko kommt. Ja, ich war einfach schnell, 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 schnell. Lalalalalala. Ja, muss der Rundspeed sein. Oh, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht! Bitte Speed, bitte Speed, bitte jetzt Speed. Nee! Ja, ich hab's, bestreit! Ja, Lala, warte, 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 warte! Ey, Doki, ey, ey! Ey, er hat Explosive benutzt und hat geschossen. Feil dich, feil dich. Ey, er hat Explosive benutzt und geschossen, falle hinweg! Hat er gar nicht! Doki! Ey! 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 Dicke, du mieser Arschlutscher, Alter! Ich hab nur gerammt, ich hab nicht geschossen, gar nichts. Ey, du hast mir Annäherungsminen an mein Auto gepackt! Ja, so ein bisschen, ne? Pack Wütze in die Suppe rein. Ey, du musst jetzt ja Marvin aber auch machen, ne? Ja, komm schon. Er ist Minen ans Auto. Du warst derjenige, der einen Regelbruch hier begangen hat. Ja, also, ich hab damit nichts zu tun. Also, Ramm... Moment hab ich einen Regelbruch begangen. Weil du geschossen hast. Also, Ramm darf er. Du hast gesagt, Explosives. Ey. Verboten. Ich hab ihn schon verkackt. Dieser war neher Appen auf meinem Arsch. Äh, 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 äh. Komm, wir schaffen das jetzt gemeinsam, Dico. Will aber nicht, dass du es schaffst. Hey. I give you my heart. Komm, wir machen einen Fullspeed-Challenge, ja? Komm. Okay. Wow! Yeah, Brody! Easy. Ich fahr da mal weiter, ne? Wir sind zu einem Ziel. Ich hau dir aber vorher noch ne Anhängsmine hin. Also das sah schon cool aus, ja. Komm, wir werfen vorher noch ne Anhängsmine hin. Ja, genau. Perfekt, ja. Eine da, eine da. Ja, perfekt, ja. So. Und jetzt können wir weiterfahren. Ja, Alter. Schweier, nach vorne. Let's go. Wir total gehen Dehnapparate. Los, fahr! Ich hab's übrigens Vollspeed gemacht. Schaffst du's auch? Bist du ein Mann genug? Wie kannst du so schlecht sein? Wo bleibt Deko hier? Aha, er macht jetzt Boxershorts. Okay. Du musst jetzt durch die Mitte fahren. Weiter, wir waren auch noch nicht weiter. Wir haben uns die ganze Zeit weggetrollt. Ja, ey. Er schießt wieder her, ne? Bestimmt oben, oder? Wenn der Pfeil unten ist, bestimmt oben. Nein. Ey! Was sind die Zweiten von unten? Geil. Zweite von unten. Zweite von unten. Zweite von unten. Eins, zwei. Oh, der Zweite von unten ist es. Zweite von unten, okay, fahr ich auch. Jaaa! Ey! Warten wir nicht regeln? Das nächste Mal komm ich zu dir nach Hause. Ich scheiß mir die Hand und reib sie dir ins Gesicht so. Hey, so sag mal neue Dings Hallo! Das war unsere Regel. So sag mal neue Dings Hallo! Mieser Ficker, Alter! Es gab meine andere Regel aus Explosive verboten. Komm, bitte, bitte. Ey! Wo ist denn? Nein! Nein! Ich war durch! Ich! Und dann wäre du verkackig, ey! Okay, Zweite von unten. Zweite von unten. Warum, ey? Oh! Oh! Ist doch voll easy. Ja, wenn, wenn du ein Chaco nicht da stehen würde! Ahhhh! 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 Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh, ich hab's, Digga! Oh nein! Hey, warum? Loll, helf! Wieso hat Nugidas? Warum muss man sich denn drehen? Ich hab's jetzt auch einfach gemacht! Alter, du bist ein kleiner Fuchs, ey! Dann bist du eigentlich besser als Deko! Loll! Was? Ja, was ist denn jetzt? Warum? Wo bist du denn? Ja, er wusste, dass man sich drehen muss! Nein, nicht! Ach, das ist ein Speed! Ja, ja! Ahhhh! Und? Tschüss! Oh, schade! Ich hätt's ja gefeiert, ey! Ja, war doch ein cooles Ding, oder? Kann man sagen, das war ein cooles Ding? Nicht, 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 nicht! Nicht! Ist echt schon vorbei? Schade, Alter! Zu wenig Trolls! Wobei, der Endtroll war geil! Der Endtroll war geil! Der Warburg war echt zu wenig Trolls insgesamt! Und? Dieser Kanne! Der will doch unbedingt vor mir ins Ziel, Alter! Kommt aber nicht! Und am Ende geht es Nugi! Oh mein Gott, ey! Aber die war cool, ey! Die war schön, schnell, knackig! Ach, guck mal! Unten wär aber auch free gewesen! Komplett unten! Da hättest du auch geradeaus durchknallen können! Also hättest du... Wollte ich den First Strike nicht machen! Scheiße, ja! Kacke! Also, Muchachos! Spielt ihr die Map selber! Aber ihr müsst ordentlich Leute sein! Damit ihr euch die ganze Zeit wegballern könnt! Und wegtrollen könnt! Genau, ihr müsst euch gegenseitig treuen! Weil es sind wenig Trolls verbaut! Es sind ein paar verbaut! Aber nicht so viele! So, ich dreh jetzt aber noch mein Glücksrad! Vielleicht hätt ich ja nochmal den einen oder anderen gewinnen! Ein neues T-Shirt könnte ich mir auch mal wieder gönnen! Und Deko, du kannst auch am Rad drehen, oder? Ja! Ja, dir wünsch ich die 2500 AP! Während wir warten, dass die Jungs am Rad drehen, können wir ja mal schauen, was sie währenddessen machen! Schöner, jünger, geiler! Lalalalalalalalalalalala! Uuuuh! Ey Leute, Leute, Leute! Es gibt eine fette, geile Ferrari zu gewinnen! Uuuuh! 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 Also den würde ich auch gerne privat so in meine Sammlung einstellen! Wahrscheinlich ist es aber eher ein Lambo! Die Leute drehen schon wieder gerade durch! Aber für mich ist das ein Ferrari! Warte, warte, warte! Ich sag! Ah ne, Digga! Das ist ein Opel Astra! Ey, das ist, ey! Sieht man ohne Spaß! Sieht man richtig krass an der Charakterieform, dass das ein Opel ist! Höh? 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 Okay, ich gewinne jetzt! Ich gewinne jetzt den Opel! Ey, ey, ey! Ich seh das! Drei, zwei, eins! Oh! Opel, 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 Opel! Digga! So kurz davor, Mann! Ne halbe Drehung! Blub, 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 blub! Nein! Ah! 15.000 Gitons für den Opel! Ich hab 15.000 RP! Ha, 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 ha! Hast du schlechter gezogen als ich? Ha, 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 ha! Oooooookay! Das ist eigentlich mehr eine Mischung aus Lambo und Ferrari, oder? Ja, würde ich nämlich auch sagen, so, Lambo-Ferrari ist das. Ist das vielleicht ein Lambo-Ferrari? Vorne ist Lambo und hinten ist Ferrari. Nuggi ist auch schon richtig am Absalzen. Ha, 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 ha! Das ist der Hammer, ey! Das ist einfach geil! Okay, also Muchachos, daumen nach oben ballern! Äh, ihr zeugt diese Map auf jeden Fall mit deinen Kollegen! Dankeschön, René, für diese einzigartige Map mal wieder! Ganz klar, ein VW Corsa hier! Kannst aber auf jeden Fall ein paar mehr Trolls einbauen! Ja! Dankeschön! Reingraut! Ciao, ciao! Ciao, ciao!